Ja, das ist... Komme, Chevy. Leider auch. Ich bin auf SIM-Kartenlös. Das ist ein Problem. Ich glaub, der Chevy nimmt uns gerade gar nicht auf, oder wie ist das? Doch! Aber mich ignoriert permanent jeder, wenn ich hier sag, ich bin voll. Und dann wird gesagt, ja, du hast ja nix gesagt. Ja, alle sind auch unverfrieden mit dir, weil du unrealistisch spielen möchtest. Stimmt, genau. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Aber schau mal! So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschafts-Simulator-Mega-Projekt. So, jetzt könnt ihr weiter reden. Also nimmst du wirklich auf? Ja! Ja, wir sind einfach da. Das ist geil. Jetzt sind wir jetzt alle dabei als Gast. Ja komm, scheiß drauf, da drück ich auch noch mal die Taste. Sorry, ich möchte schon wenigstens für Freitag vorproduziert haben. Dann bin ich auch noch mal wieder dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschafts-Simulator 2013 im Megaprojekt. Und es sind immer noch alle acht dabei. Genau, deswegen mache ich keine neue Begrüßung. Ja, ich auch nicht. Das dauert mir zu lange bei acht Leuten. Mit dabei ist der. Der Kiwi. Ich muss jetzt meinen, 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 meinen Timer stellen. Das ist ja ganz verrückt jetzt. Ich kann nur für diesen Timer stellen. Ohne Probleme, der Timer läuft jetzt. Scheiße, der piept! Der piept! Der piept! Der geht! Der läuft! Der läuft! Wie lange hast du jetzt, Randy? Ähm, der Timer läuft grad auf sechs Sekunden. Also ich nehm jetzt den nicht auf. Hallöchen an alle anderen. Ich nehm auch nicht auf. Ähm, ich schramm, ich schramm die Sau bloß grad mal. Hat er grad schramm gesagt? Ich nehm jetzt grade übrigens auch wieder auf. Äh, ne, schramm, äh, schramm, du bist ne Schramme und dann gibt's ne Ramme. Äh, Quatsch, ich bin auch schon blöd. Ramme und schramm, das ist ein Unterschied. Äh, wie lange läuft dein Timer, Randy jetzt? Äh. Achso, egal. Ja, ja, verstehe. Alles klar ist angeschoben. Da läuft nur drei Tage, wenn du das willst. Was? So dicke Batterien sind da drin? Ja, auf jeden Fall. Der hat zwölf Euro gekostet. Der Timer. Mensch. Ja, ist ja geil. Welch. Also mein Timer läuft nicht. Meist, wenn der Timer läuft, glaub ich vielleicht. Aber der Timer läuft nicht. Äh, das ist ja typisch Amazon. Willst du dir die billigste Stopprobe stellen oder Dingsrohr? Kostet drei Euro. Liesst du die Amazon-Rezession vor. Als ich die, äh, als ich die, die Sicherung von der Batterie entfangen wollte, sind alle Zeiger auseinandergefallen. Und da hast du dann mal zwölf Euro auf dem Tisch geklopft. Das ist ja das Tragische. Was? Du bist Handy los? Mit dein Ernst? Ich bin Handy los, ja. Komme, Chevy. Leider auch. Ich bin auch SIM-Karten los, das ist ein Problem. Ich glaub der Chevy nimmt uns gerade gar nicht auf, oder wie ist das? Doch, aber mich ignoriert permanent jeder, wenn ich hier sag ich bin voll und dann wird gesagt, Ja, das ist ja nix zu sagen. Ja, alle sind doch unverfrieden mit dir, weil du unrealistisch spielen willst. Stimmt, genau. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Also schau mal so eine, äh, mit dem Grasfeld. Frag mal allgemein. Ja, hat mir nicht vorher noch einen Mitspieler hier drauf? Nein. Nein. Also ich war, ich war der Meinung, wo wir angefangen haben, da war so Kiwi oder irgendwie noch mehr drauf, den selbst gar nicht mehr, den hörst nicht mehr, das ist ganz komisch. Ja, ne? Also irgendwie, keine Ahnung, seitdem der unrealistische Spiel, merke ich den irgendwie gar nicht mehr so richtig. Kiwi ist instant gemuted, so im TF. Ich auch nicht. Hört man nur user-muted. Kiwi war da, dann war da noch irgendwie so ein Chevy und so ein Chewie. Die drei sind doch nicht weg, alle drei. Ja, klar. Ganz komisch. Aber im TS sind sie noch. Ich hab gehört, die wollten auch alle drei unrealistisch spielen. Naja. Hm. Man muss wohl damit zusammenliegen. Chewie, sag was. Chewie? Ich hab irgendwie so das Gefühl, der Tino, der hier irgendwie mitspielt, der kommt mit Öffsammeln gar nicht so richtig nachher. Ja, naja, aber komm, ich hab schon einiges. Ich hab schon einen weggefahren und der andere ist auch schon wieder. Ihn hast du schon weggesteckt. Naja. Was heißt hier Affen? Ja, du weißt doch, zur Kiwi ne gute Bananen. Ich hab' schönen Uppsalat. Hat ein hängerisch eingeordnet. Danke. Bitte. Steht sich da gerade. Ja, jetzt, komm, jetzt suchen wir uns jemand Neues, den wir moppen. Ähm, mein gegen mich. Boah. Mein gegen mich und den Chevy lassen wir jetzt wieder in Ruhe. Ja, das wittert sich im Befoto aus. Nein, ich möchte das jetzt über alte Männer gelästert wird. Ja, Möppen, nein, wir moppen jetzt. Ich bin nicht alt. Aber ich. Bei Guten hört sich ganz anders an als üblich. Ja, ich. Genau. Er hat nämlich Neues Hetzes. Ja, genau. Er hat einen Hetzes. Erkältung. Guten. Ja? Nein, äh, da. Möchtest du auch Erkältung? Die gibt es auch zusammen mit Fieber. Kann man die auch bei Erkältung stellen? Kann man die auch bei Erkältung stellen? Musst du mal in meine Merchantsy-Parts reingucken, da bin ich, die hab ich komplett unter Erkältung aufgenommen. Also da... Was kostet so eine Erkältung bei dir? Zudem, äh, zudem muss man ja immer sagen... Bei mir war ein Spratisprobe. Ja. Wenn's nicht Guten, Guten ist ja irgendwo selber dran schuld. Ich mein, er hat sich noch Erkältung bestellt, ne, und hat nur noch auf die Bestellbestätigung geklickt. Das darf man dann natürlich nicht machen. Das ist klar. Ja, ganz schlecht. Wenn du's bestätigst, dann kriegst du's. Aber Guten, was hast du jetzt genau? Hast du jetzt nur Husten, Schnupfen, Heiserkeit, oder Kopf- und Gliederschmerzen, oder das ganze Problem? Ja, Gliederschmerzen. Ich wollt's grad sagen, dem tut sein Glied weh. Gut, das ist bei manchen Dauerzustand, ne? Das Ding ist so hart, dass es weh tut. Oh, ne. Ich erinnere mich an meiner Schulzeile an so'n Clip, irgendwie so'n alte Opa und so'ne alte Oma, nein, das tut irgendwie weh. Ich kenn' aber grad' mal'n Text nicht mehr so ganz. Weißes Pferd auf grüner Wiese. Weißes Pferd auf grüner Wiese. Ich muss die Bilder aus meinem Kopf kriegen. Ne, wie hieß's? Das war's nur so alter Sack mit so'ne alte Oma am Strand. Okay, das sagt man nicht. Ja, also, es geht natürlich wieder in die Richtung Porno. Und was soll sonst um die Uhrzeit gehen? Also, ich weiß auf jeden Fall, was du... Es ist Viertel nach neun. ...was du machst, wenn du nicht aufnimmst, Randy. Äh, medizieren und masturbieren, jaja. Vielleicht auch beides. Gleichzeitig? Gleichzeitig. Ne, ich hab' am Dienstag, ne, am Mittwoch, äh, war ich zufällig mal auf Bild.de drauf. Also, diesen Schandblatt. Ja. Und da gab's in der Videorubrik Yoga, äh, Yoga hilft... Yoga-Shorten. Jaja, ne, so'ne komische Tusse mit so'ner anderen Tusse. Und die haben da Yoga-Übungen gemacht, das soll zum besseren Sex helfen. Begründung, wenn man seinen Partner wirklich aus den Herzen, aus dem vollen inneren Herz liebt. Und dann noch technisch perfekten Sex macht, dann liebt man ihn wirklich richtig. Und dann haben die irgendwelche Yoga-Übungen gemacht, sprich, haben ihr Becken um 380 Grad gedehnt und alles. Und dann sind sie in so'ne Froschschenkelhaltung gegangen und haben ihren untersten Bereich immer hoch und runter wippen lassen. Und jetzt stellen die euch vor, es wäre keine Yoga-Matte, sondern ihr Partner unten drunter. Und das macht dann schon richtig Spaß. Es kann nicht mehr richtig Spaß stellen, wenn deine Freunde... Also, die rammeln da ne Yoga-Matte. Ja, ne, die wippen dann so auf der Yoga-Matte und da soll man sich ja vorstellen, dass der Aldo unten drunter ist. Und wenn ich mir vorstelle, wenn meine Schnecke auf mir draufsitzen, die macht erst mal so'ne Yoga-Übung, dass sie aussieht wie ein Schmetterling und dann hört sie an mit Poppen. Das wäre mir aber auch irgendwie zu langweilig. Also, ganz ehrlich mal. Ey, ja, Worte, Schatz, ich muss noch schnell ein Schmetterling machen, dann komm ich. Habe ich heute übrigens ein cooles Video gesehen auf meinem Handy. Kann ich dir leider... Aha. DuPorn-Mobile. Habe ich schon auf meinem Handy gesehen, da haben sie so'ne Umfrage gemacht. Eine ältere Dame auf der Straße gefragt. Lesen oder wann haben sie ihren Enkelkindern das letzte Mal eine Geschichte vorgelesen? Da hat die ältere Frau eiskalt geantwortet. Die sind 17, die bumsen schon, denen lese ich gar nichts mehr vor. Ey, das fand ich richtig geil. War gut. Die bumsen schon, denen lese ich gar nichts mehr vor. So, äh, Chevy, ich fahr mal schnell hier die Ballen weg, ne, falls du entladen musst. Jaja. Ich fahr da mal ein Rohr aus, ne. Ach ne, ist schon. Falls ich entladen muss, der bringt nochmal kurz seine Ballen weg. Ja, ich weiß auch nicht, der Rendi drückt sich hier total um die Arbeit, der macht ja nur Pressen. Ja, das ist ja Gott sei Dank keine Arbeit, diese Scheiße, jo. Wow. Ich muss hier voll Multitasking machen. Ich fahr hier die Ballen weg und muss hier den Chevy entleeren. Oh, wow. Ich hab meinen eigenen Knaben hier. Ne, Knecht. Der Chevy, der muss hier auch nicht den ganzen Weizen essen, der müsste sich auch nicht so oft entleeren. Ja, klar. Ich renne über das Feld und fresse da oben die Köppe weg. Dann sprung ich die Körner aus. Die Köppe vor allen Dingen. Ja. Ja, wie heißt das, äh, die Raspen oder, keine Ahnung. Ja, ich hab von der Landwirtschaft an sich eigentlich keine Ahnung, aber schwer akzeptiert. Das hatten wir in, äh, in Bio hatten wir das, äh, ne. Naturwissenschaften. Also in, äh, in Biologie solltet ihr eigentlich was über's Bienchen und das Blümchen lernen und nicht über die Landwirtschaft oder über Raspen. Hast du schonmal die Geschichte von Bienchen und Blümchen gegoogelt, unzensiert? Gab's Geld? Es gab Geld. Also gleich. Mein Opa wollte immer Inka werden. Aber ich hab mal ne Frage, wie viel Geld hatten wir gerade? So ein paar Bienen wären was Feines. Also jetzt haben wir noch 9.335 und das wird's dann, denk ich mal, auch gleich aktualisieren. Nee, nee. Also das ist der aktuelle Stand bei mir. 35 hab ich. Oh nein, ich hab krass. Deswegen vielleicht. Ach, du hast Saatgut gekauft, alles klar. Ja. Und das haben wir hier nochmal mit dem... Ja, ich wollt grad sagen, haben wir da jetzt ne Umfrage drüber gemacht? Ich find da nix. Ah, ich bin der Meister des Service, ich brauch keine Umfragen. Der Meister des Service? Ach, er ist noch da, der Markus. Ich wollt grad fragen. Ich bin zwar noch da, aber nehm grad auch nicht auf. Ähm, wie sieht das eigentlich aus mit dem Doktor? Ja, hier. Äh, hat sie dich auch erwischt oder warum kommst du nicht mehr? Ja. Ich versuche gerade meinen Trecker hier mal auf 19 kmh zu prügeln, aber es geht nicht. Meiner prügelt ganz locker 34 runter. Ja, meiner geht auch nur 19, weil das ist eine Sämaschine nicht drauf. Ja, ich hätte doch... Rückst du den Ballenwagen hinten dran, Dennis? Den Sammelwagen? Ich hätte für die weite Strecke... Randy wäre aufs Feld. Hab das gesehen. Du wirst dich wundern, das Feld ist fast fertig. Hab das gesehen. Randy ist durchs Feld gefahren. Also, äh, hier... Das ist ja mal Unrealismus. Oh mein... Ja. Und ich hab mich verklemmt. Ich hab ne Verklemmung. Ähm, nicht immer so verklemmt sein, du. Naja, sie einfach ansprechen, die Beisten. Kannst du ein Stück vorwarn, Chevy? Randy ist durchs Feld gefahren, Randy ist durchs Feld gefahren, haha. Ähm, Markus, hast du jetzt eigentlich nen eigenen Kanal? Ja, ich hab meinen eigenen Kanal seit... Ja, Lolli vorbei ist im Oktober. Okay, schickst du mir dann gleich nochmal? Mach ich dann natürlich. Nee, den Lolli, den bring ich da vorbei. Und... Das ist gut. Ja. Ja, hab mit einem genialen Video von... Waldbären, bitte. Vom... Lander von Eddon. Das kann man da bewertet werden. Da müsst ihr mich mal besuchen. Dann kann man mal Lolli, Lolli essen gehen. Ja. Und McFlory mit Smarties. Äh, wir haben hier nen McDölfen, unsere Kaste. Das ist ja ne... Ich glaube, es gibt... Die gibt's wohl überall. Ihr ist... Ihr ist dann bei McDoof ein McManious, ne? Naja, ich muss euch fragen. Also, auf dem Café, wo meine Mutter ist, da ist zum Beispiel nichts. Und auf der Stadt, wo meine Großeltern wohnen, da ist auch nichts. Jetzt hab ich mal ne Frage. Ja. Ich hab grad was von McDoof und McManious gehört. Was war denn da? Ja, den ist man dort. Das ist jetzt... Das ist eigentlich eigentlich dasselbe. Ich weiß zwei Dinge zu nennen, wenn das dasselbe ist. Nee, es gibt doch hier den, ähm... Übrigens fahr ich grad 11,4 Tonnen Weizen ein wieder mal, ne? Ja, Mensch, das sind locker 3.000 Euro. Ja, also, ich will's nochmal so am Rande erwähnen. Ne, hier, äh... Äh, äh, Randy, wie sieht denn die Zeit aus? Ach so, äh... 18, 16. Ach, alles im grünen Bereich. Bei 20 wär ich dir dankbar, wenn du da mal ne kleine Meldung machst. Ja, mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ja, wenn nicht, ich lad auch ne Stunde hoch. Ist mir auch egal. Ach so, das haben wir uns glaube ich noch gar nicht erzählt, ne? Wir spielen hier, äh, nicht nur mit Oldtimern, sondern auch auf Schwer. Mit Oldtimern. Ja, auf Schwer, genau. Das war... Ach, das hoch noch. Na schön. Das hat man in der Vorstellung erwähnt. Ach, und mit, ne, mit dem Titanium Add-On. Genau. Ne, das hatten wir gar nicht gesagt. Aber hatten wir weggelassen. Habt ihr, äh, ist das, liegt das an den Titanium Add-On oder haben wir Mod drin, wann die nächste große Nachfrage kommt, dass das angezeigt wird? Wird's hier gar nicht. Hä? Wird's hier gar nicht. Wird nicht angezeigt, so weit ich weiß. Was erzählst du da? Im Single? Ja, ja. Wird das angezeigt. Wo? Wo? Ja, äh, bei, äh, Preise. Und wenn man dann auf große Nachfrage mit der neuen durchdrückt. Ja, manchmal, wenn sie schon vorher feststehen irgendwie, durch irgendeine Mod ist das meistens, glaub ich. Äh, Magus, fangen wir direkt auf die 5? Nö, das ist ein Standort, also so steht das Standort drinnen, wie er's schon sagt. Aber das kann ja auch schwer deaktiviert sein. Ja, kann sein, ja, weil ich hatte es auch einfach. Aber ja, wir sind hier auf der Titanium, wir sind hier auf der USA. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, einige werden vielleicht gedacht haben, Äh, das ist die neue Hagenstedt. Aber ne, ist es leider nicht. Das Hagenstedt-Nord. Aber es ist auch ein bisschen USA. Ja, etwas vertrocknet. Ja, es ist halt Texas oder sonst was. Aber von der Map, von der Map kommt sowieso, äh, bald, sowieso ne bessere Map raus. Also von daher. Aha. Ja, die Modify dann, oder? Ja, ich hab da was, darf dann noch nicht so viel sagen. Aber, ja, ich hab da was. Kann man auch mal beitzen? Ähm, kannst du schon mal eine Andeutung machen, was an der neuen Version geändert wird? Sind die, äh, Bauten auf dem Hof dann auch funktionstüchtig? Oder ist das weiterhin so ein Schrott? Was denn für ein Schrott? Ja, dass halt jede Menge Gebäude stehen, die einfach nur rumstehen. Ja, das stört ein bisschen. Also, die Gebäude, die kann man ja nicht machen. Was willst du mit den Gebäuden machen? Begeber kannst du nicht machen. Austauschen. Austauschen gegen was Vernünftiges. Gegen Hallen beispielsweise. Also, da, wenn, wenn, wenn du wirklich mal so puren, äh, was heißt, puren Realismus, weil du wirklich mal eine Hakenstatt-Map senden willst, die, die dich von vorne bis hinten mit Ehenschlag durchfüllst, dann schau dir mal die Hakenstatt Modified an. Ja. Mit der ich bei Tino im LTP drauf gespielt hab. Das sind Skripte, die hast du noch nicht gesehen. Die kann ich, kann ich absolut empfehlen. Absolut super, das Ding. Kann ich nur so unterschreiben. Ja. Kann ich nur so unterschreiben. Also, ich war total geflasht, wo ich da... Die hat halt einen Nachteil, sie frisst unheimlich Ressourcen und auf schwächeren Rechnern echt echt nicht zu empfehlen. Zipain! Aber, äh, entweder oder, ne? Ja, klar. Ja, klar. Ja, dann, da könnt ihr euch ja wie gesagt bei Plaggy bedanken. Ich sag mal, was macht denn Dennis? Danke, Plaggy. Warte, tag mich mal ganz ernst. Ich... Ich... Ich seh' dich nur hier irgendwie mit Tino rumfummeln. Ja, also, ich hab' damit gar nichts zu tun, aber Dennis, ich hab' dich... Achso, du sammest die Beine dahin, ja, das ist doch vernünftig. Ja, also... Ja, Mensch. Super, Mensch. Ähm, so, äh... Ich würd' mich dann gerne verabschieden, äh, für diesen Part jetzt bei mir, ne? Ja, mach das. Also, ne? Positive Bewertung auch bei den anderen, ne? Und, äh, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss. Ja, tschau, Leute. Okay.